Die großen Fehler beim Wandern, die Einsteiger immer wieder machen, die ich immer wieder sehen muss und die ihr ganz einfach vermeiden könnt. Heute im Überblick, damit ihr in Zukunft deutlich sicherer, entspannter, gesünder und besser unterwegs seid. Die fünf häufigsten Fehler, die nicht nur Einsteiger machen, sind sehr leicht zu vermeiden, vor allem, wenn man sie kennt. Mich würde interessieren, welche Fehler ihr eigentlich immer wieder mal am Berg seht oder auch selbst gemacht habt und irgendwann draufgekommen seid, dass man sich das Leben vielleicht unnötig schwer gemacht hat. Schreibt mir das jedenfalls gerne unten in die Kommentare. Ein Klassiker am Weitwanderweg beispielsweise ist der 2 Kilogramm schwere Volllederschuh mit Metallnieten, fettem Sohlenaufbau, am besten noch steigeisenfest. Aber auch das Gegenteil sieht man oft, nämlich Trailrunning-Schuhe, wenn es ins Hochgebirge geht oder vielleicht sogar über leichte Gletscher. Mit völlig falschem Schuhwerk auf der Wanderung unterwegs zu sein, muss definitiv kein großes Problem sein, kann aber den Komfort sehr stark einschränken oder, wenn die Schuhe unter dem benötigten Standard liegen, auch ein Sicherheitsproblem werden. Deshalb sollte man sich vor der Wanderung immer schon informieren, welches Schuhwerk eigentlich auf der Tour passend ist. Da das nicht von Tour zu Tour unterschiedlich ist, schaut man sich am besten die Tour im Groben mal an und trifft dann eine gute Entscheidung. Falls ihr euch manchmal nicht sicher seid, ob Zustiegsschuhe, hohe Bergschuhe oder Trailrunning-Schuhe reichen, dann schaut euch mal das Video hier rechts oben an. Es ist deshalb Fehler Nummer 1 hier in der Liste, denn es gibt kaum einen Quatsch, den ich häufiger sehe als fragwürdiges Schuhwerk. Klar, bitte, jeder darf in den Bergen tragen, was er oder sie will, kein Thema, aber das Erstaunen ist manchmal doch groß, wenn die Trailrunner im Firn einfach nicht halten wollen und die Kategorie D Bergschuhe seltsamerweise auf dem Weitwanderweg gar nicht mal so bequem sind. Deshalb lernt unbedingt, welches Schuhwerk auf welchen Touren geeignet ist, weil damit die Sicherheit und der Komfort einfach so viel höher ist. Ich kann es einfach nicht genug betonen. Viele Wanderer, vor allem bei den allerersten Wanderungen, kennen nur eine Geschwindigkeit, so schnell wie möglich. Sicherlich ist euch auch schon mal beim Absteigen ein Wanderer entgegengekommen, der völlig verschwitzt, schwer atmend und komplett fertig aussah. Solchen Leuten möchte man gerne mal sagen, komm Meister, einen Gang zurückschalten. Denn nur dann macht das Wandern ja auch wirklich Spaß, wenn man es genießen kann, wenn man die Ausblicke mitbekommt, wenn man die Abwechslung im Weg auch spüren kann. Wer so schnell wie möglich am Gipfel sein will, verpasst vielleicht die schönen Momente, die nur ein spannender und entspannter Auf- und Abstieg mitbringen kann. Von Anfang an ein gleichmäßiges, gemütliches Tempo an den Tag legen, das für euch passt. So könnt ihr euch Gutes tun. Wie schnell ein gemütliches Tempo für euch ist, das ändert sich natürlich mit der Zeit und ist auch sehr individuell, aber Hauptsache ihr seid keine Dampfmaschine im Endstadium. Das größte Risiko des Sprinters ist der leere Tank auf halber Strecke. Wer zu viel Energie in die ersten Kilometer und Höhenmeter steckt, dem geht vielleicht nach oben hin die Kraftausdauer aus und die Tour endet dann früher als erwartet. Das ist leider ein ganz häufiges Problem beim Wandern. Man startet frisch und schnellen Schrittes los, überholt alle gemütlichen Tourengeher, ist stolz auf das sportliche Tempo und endet dann völlig erschöpft ohne weitere Kräfte nach der halben Tour zum Beispiel. Dann geht's nur noch mit Pausen alle paar Minuten letztlich voran und das führt den kompletten anfänglichen Stress völlig an Absurdum. Mit Warmlaufen könnte man meinen, man sollte sich aufwärmen. Doch die Belastung beim Wandern läuft nicht auf Spitzenbelastungen hinaus, sodass ein Warm-up in der Regel überflüssig ist. Vielmehr meine ich damit aber eigentlich ein Bekleidungsproblem. Viele Wanderer steigen morgens um 8 aus dem Auto aus und damit ihnen nicht kalt wird, da ziehen sie sich dann etwas Passendes an. Dann wird noch der Rucksack gepackt, die Stöcke eingestellt und es geht los. Doch spätestens nach 15 Minuten ist dann die erste Pause fällig, denn auf einmal ist es viel zu heiß. Die Jacke muss also wieder weg. Doch nun das große Problem, die Vliesjacke ist jetzt nass geschwitzt und das T-Shirt darunter natürlich ebenfalls. Das nasse T-Shirt wird beim kleinsten Lüftchen jetzt ordentlich kalt und auch den Rucksack will man sich erstmal nicht so gern umhängen. Bei jeder Bergtour sehe ich etwa 10 bis 15 Minuten nach dem Parkplatz diese kleinen Entkleidungsgrüppchen. Eine einfache Lösung dafür ist, zusammenpacken für die Tour kann man in warmer Kleidung. Doch sobald es wirklich losgeht, sollte man sich so weit entkleiden, dass einem beim Start kühl ist. Nicht so kalt, dass man erfriert, aber eben etwas kalt. Sobald man in Bewegung kommt, hat der Kaltstart den Vorteil, dass durch das Erwärmen des Körpers die ideale Marschtemperatur erreicht wird und kein Boxenstopp nach kürzester Zeit notwendig ist. Außerdem bleiben Isolationsschichten dadurch auch trocken im Rucksack, letztlich verwahrt. Natürlich brauchen wir genug zu essen und zu trinken mit, wenn es in die Berge geht. Doch die Auswahl sollte sich zum einen auf sinnvolle Lebensmittel beschränken und dann sollte man natürlich auch die Menge nicht aus dem Ruder laufen lassen. Für eine zweistündige Wanderung 5 oder 6 Liter Wasser einzupacken, das ist manchmal mehr Leid für den Rücken als Freud für den Magen. Natürlich, jeder Mensch hat einen anderen Flüssigkeitsbedarf und auch Reserven sind natürlich wichtig. Deshalb sollte man hier den gesunden Menschenverstand fragen und gerade beim Wasser nicht sparen. Aber gerade beim Essen sind manchmal energiehaltige Riegel, Semmeln, Brot deutlich besser als rein fettbasierte Würste oder Nüsse, die relativ wenig nutzen. Ich möchte das deshalb hier als Fehler anmerken, da ich gerade bei Trekkingwanderern oft erlebe, wie sie 4 bis 6 Kilogramm Essen mit sich herumschleppen. Letztlich jeden Tag viel mehr als notwendig wäre, da sie bei jeder Hütte ja sowieso nochmal die Halbpension dabei haben. Ja, Ausschlafen ist was Schönes, vor allem wenn man sich für die Bergwelt auch noch extra Urlaub genommen hat und sowieso ständig den Wecker im Nacken hat. Aber leider ist auch die Bergwelt eher der Freund der Frühaufsteher. Umso früher man vor allem im Hochsommer seine Touren startet, umso sicherer sind sie. Dabei geht es in erster Linie um unverhoffte Wetterveränderungen, die teilweise auch unangekündigt gefährlich werden können. Daher lohnt es sich lieber den Wecker auf 5 zu stellen und rechtzeitig die Tour zu starten, je nachdem wie das Ausmaß der Tour aussieht. Auch hier sollte man sich dann natürlich nicht überfordern. Wenn man nicht fit genug für 40 Kilometer und 2000 Höhenmeter ist, dann würden solche Touren auch so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass man noch so früh aufstehen kann und trotzdem am Ende sehr spät in den Nachmittag hinein unterwegs ist. Natürlich ist das Thema Frühaufstehen auch für die Anfahrt relevant und Locals haben es hier tendenziell einfacher. Aber auch im Winter bei einfachen Winterwanderungen und vor allem natürlich den komplexeren sowieso, da gilt das auch. Wer zu spät dran ist, hat tendenziell häufiger mit Lawinen, mit schlechtem Untergrund und sulzigen Verhältnissen zu kämpfen. Deshalb kommt man lieber heute als morgen in den Genuss der Morgenstunden. Das sind die 5 Fehler für Wanderer, die ich immer und immer und immer wieder sehe und erlebe und ich hoffe, dass ihr bisher und auch künftig von diesen typischen Fehlerquellen verschont bleibt. Grundsätzlich will ich natürlich noch erwähnen, dass diese Fehler keine Dummheit sind. Also meistens zumindest. Viel öfter ist es halt einfach die fehlende Erfahrung und das fehlende Wissen und irgendwo und irgendwann muss man das ja herbekommen. Und deshalb hoffe ich ja auch, dass diese Videos möglichst weiterhelfen. Falls ja, gerne einen Daumen hoch geben und nicht vergessen, dass der Kanal doch bitte abonniert und vielleicht auch ab und an mit einem kleinen Kaffee unterstützt werden sollte. Alle Infos dazu findet ihr hier natürlich eingeblendet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.